Musik Hi, ich bin Nikolas, ich bin 20 Jahre alt. Und ich habe seit acht Jahren bei Andreas Klavierunterricht in der Musikschule Grundshagen. Ich habe gerade im Sommer mein Abitur gemacht und gehe für ein Jahr ab September nach Australien. Mit elf Jahren habe ich erst mal angefangen, Keyboardunterricht zu nehmen. Dann aber nach einem Jahr bin ich zu Andreas gewechselt, um da Klavierunterricht zu nehmen. Das war für mich auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, weil ich dann auch gemerkt habe, dass der Klavierunterricht viel vielseitiger und viel umfassender ist. Musik Was mir besonders gefallen hat, war, dass ich in vielen Konzerten spielen konnte und dass ich auch die Möglichkeit hatte, in vielen Bandprojekten mitzumachen. Das war mir persönlich ziemlich wichtig. Musik 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 Ja, ich fand es auch total cool, dass ich meine eigenen Stücke immer mitbringen konnte und Andreas zu denen immer irgendwas sagen konnte und mir dabei immer viel weiterhelfen konnte, egal was es war. Musik 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 Ja, wenn ich jetzt in Australien bin, hätte ich auch total Lust, irgendwie weiter Musik zu machen, weiter Klöpfe zu spielen und mir auch eine eigene Band zu suchen, mit der ich zusammen Musik machen kann. Musik Jusodus Jusdings Jus randomly Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020